Die drei Spatzen von Christian Morgenstern In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch, der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu und obendrüber das Neid ist, hu. Sie rücken zusammen, dicht an dicht, so warm wie der Hans hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihr Herzlein gepocht und wenn sie nicht weg sind, dann sitzen sie noch. Amen.